Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sanfinkol, ich darf euch wieder mal begrüßen zu einem Unboxing, ein etwas größeres diesmal, was heißt relativ, man kann sehen wie man es möchte. Erstmal hier, das kam mit, es ist ein 6,3 mm Klinke Klinke Mailkabel in Mono, das packe ich mal gleich auf die Seite. Es geht ja um diesen Hauptakteur, John Meek, äh nicht John, Joe Meek 3Q. Das ist ein, ja, es ist ein Channel Strip, ich brauchte ein Mikro, ein Mikrofonvorverstärker, wollte ich mir besorgen und dann habe ich dieses hier gesehen und es ist wirklich ein sehr gutes Gerät, zumindest wurde es sehr gut bewertet von allen, überall wo man was liest oder Tests macht, dann ist das sehr gut bewertet worden und preislich, verhältnismäßig relativ günstig. Es hat nur 159 Euro gekostet, in Anführungszeichen nur. Für einen Schüler ist das natürlich viel Geld, aber wenn man halt ein Mikrofon hat, wie ein dynamisches Mikrofon oder so, oder auch ein bisschen anderer, hochwertiger Kondensatormikrofon, dann kriegt man einen besseren Klang raus mit dem Vorverstärker. Man muss mal den Pult, das Pult nicht so weit aufdrehen und dann rauscht es auch weniger. So, also ich denke, ich habe genug gesprochen. Schauen wir uns den Karten mal an, da ist nicht viel, ist von allen Seiten alles gleich beschrieben. Hier nochmal Features, was es alles kann und hier noch ein bisschen was und hier noch ein bisschen was. Jetzt stellt sich mir die Frage, da ist ein Aufkleber drauf, da ist ein Packband drauf, ob das Ding schon mal offen war. Egal, jetzt packe ich es erstmal aus, dann werde ich sehen. Ich mache das ganze Ding mal auf. Ich hoffe nur, dass alles im Bild ist. Wie gesagt, ich sehe nicht, was ich filme, denn das Handy liegt, steht oben, aber ich stehe trotzdem mal auf kurz. Das mache ich nochmal weg, dann sieht man es besser. Ja, doch dürfte alles im Bild sein. Okay. Also, da ist einmal die Gebrauchsanweisung. Packe ich gleich mal auf die Seite. Dann den Channel Strip, den hole ich gleich mal hier raus. Das ist ja das wichtigste Teil. Und das Netzkabel, das hole ich auch gleich mal raus. Und dann kann ich den Karton nämlich wegpacken. So, hinfort mit dir. Dann packe ich hier noch ein schmutziges Deckchen hin, damit es nicht so poltert auf dem Tisch. So. Das hier ist das Netzteil, nichts Besonderes. Netzteil halt. Und hier ist der Hauptakteur, der Channel Strip von Joe Meek. Wie immer unsere nicht essbaren Pfefferminzbonbons. Also, wie heißt es so schön? Nicht essen. So, das packe ich auch mal irgendwo hin. Ja, ist ein bisschen viel hier, hier gerade. Okay. So, jetzt gucken wir uns das Ding mal etwas genauer an. Wir haben hier einmal einen Schalter für den Line-In. Zum Umschalten. Den Pre-Amp-Gain. Hier. Oh, das ist richtig flüssig. Lassen Sie sich gut bedienen, die Knöpfchen. Das ist schon mal ganz gut. Dann gibt es hier den Threshold, also Kompressor-Dreh, Attack und Release. Der Kompressor ist das. Den schaltet man hier an, wenn man den möchte. Oder aus. Dann gibt es hier noch einen Drei-Band-Meek-Velizer. Jetzt fragt sich einer, was? Was hast du gesagt? Meek-Velizer. Ja. Joe Meek-Meek-Velizer. Und das hat einmal die Tiefen-Mitten-Nein, das ist die Mitten-Frequenz. Und zwar geht es da von 300 Hertz bis 5 Kilohertz. Und die kann man eben bis 15 Dezibel boosten. Je nachdem, was man... Also hier sind die durchstimmbaren Mitten. Das finde ich richtig gut eigentlich. Und es gibt natürlich auch noch die Höhen. 12 Kilohertz kann man hier boosten bis 15 Dezibel. Und die Tiefen, die sind bei 80 Hertz. Okay. Und den Meek-Reelizer kann man hier natürlich auch an- und ausschalten. Und hier ist dann noch der Output-Gain. Das war es auf der Vorderseite. Sehr handig, das Gerät eigentlich. Ich habe es eigentlich größer gedacht. So, und hier hinten. Jetzt muss ich wieder aufstehen und gucken, ob alles im Bild ist. Verdammt nochmal. Das ist wirklich keine Arbeit. So kann ich nicht arbeiten. Aber geht. So, da einmal Mikrofon-Input. Gut, dann haben wir hier noch die Phantomspeisung. Das ist cool. Phantomspeisung, 48 Volt. Line-Input, Insert, Mix-Input. Das sagt mir allerdings überhaupt nichts. Naja, gut, okay. Und Output. Jeweils 6,3 Millimeter Klinke. Und dann gibt es hier noch einen Schalter. Der sagt aus, plus 4 Dezibel, wenn er draußen ist. Und wenn er drin ist, minus 10 Dezibel. Ist das ein PET-Schalter? Ich glaube schon. Mal gucken. Gleich ausprobieren. Und hier natürlich noch der Netz-Anschluss-Netzstecker. Auf der Unterseite gibt es natürlich nichts. Ein paar Aufkleber drauf. Sonst eigentlich nichts. Die Seriennummer. Die werde ich nachher auspimpen. Auspixeln. Ja, und das war es schon. Mit dem Mikrofon-Input. Mit dem Mikrofon-Input. Der Joe Mikrofon-Input. Der Joe Mikrofon-Input. Der Joe Mikrofon-Input. Das ist ein Ein-Kanal-Channel-Strip. Und ich habe mir den geholt, wegen den Mikrofonen. Ich habe da ein bisschen Probleme in den Mikrofonen. Und auch die Ausgangsleistung von manchen Mikrofonen, die sind relativ schwach. Und da brauche ich etwas Verstärkung. Und das soll dieses kleine Teilchen hier übernehmen. Ich werde es testen und werde euch auch darüber berichten. Vielleicht kriegt ihr es ab und zu mal nochmal zu sehen. Ich weiß nicht, ob es etwas bringt. Denn ein Vergleichstest, wie es mit und ohne klingt, kann ich vielleicht machen. Aber so ein Review, ich weiß nicht genau. Naja gut. Das habt ihr jetzt gesehen. Das ist meine neueste Errungenschaft. Und ich hoffe, es bringt wirklich etwas vom Klang her. Und vor allen Dingen auch vom Rauschverhalten her. Und allem drum und dran. Ich sage Dankeschön. Ne, ich sage erst mal, wenn ihr Fragen habt, natürlich, wie immer, in die Kommentare unten reinschreiben. Natürlich, selbstverständlich. Aber jetzt, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich wieder unterstützen. Vielleicht meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Getut habt. Ja, getan, getut. Da, 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 da. Wo war ich denn stehen geblieben jetzt? Das bin ich ganz durcheinander durch meine Faxen. Tschüss, bye, bye, winke, winke. Hier war euer Sanfikol mit dem Unboxing vom 3Q Joe Meek. Channel Strip. Ein Kanal Channel Strip. Bye, bye.